Dinner Drumming von Synergy Beats, die musikalische Zwischenmahlzeit für ihr Event. Messer, Gabel, Löffel und Co. Alles klingt. Tischgedecke verwandeln sich in Rhythmusinstrumente und ihre Gäste in ein fröhliches Orchester. Schon die Vorstellung, diese alltäglichen Gegenstände als Rhythmusinstrumente einzusetzen, lässt Stimmung aufkommen und Kindheitsträume wahr werden. Zu Beginn üben wir mit allen Teilnehmern verschiedene Instrumentierungen, Sounds und Rhythmen ein. Spaghetti Groove, Eisbombenbeat, Chicken Shaker. Gemeinsam mit ihren Gästen inszenieren wir ein außergewöhnliches Tischkonzert und in wenigen Minuten nimmt der Rhythmus alle mit. Die Moderationszeichen unserer Coaches ermöglichen Interaktionen, die von ihren Gästen spontan umgesetzt werden. Die kurze Zeit zwischen den Gängen genügt, um alle über den Tellerrand hinaus und die Tische hinweg mit Spaß in Kontakt und Aktion zu bringen. Jeder Gast wird mit Freude zum Akteur und erlebt sich im Finale als Teil einer gemeinsam geschaffenen Performance. Das Ergebnis ausgelassene, lachende Gäste, die sich gerne an diesen Abend erinnern werden und um einen musikalischen Nachschlag bitten. Mit Dinner Drumming von Synergy Beats bleiben Sie als kreativer Gastgeber in Erinnerung.